...fantastisch. ...sertieren, während wir die nächste Spanierin sehen, über Cari Da Costas. Das Amina Saripova mit dieser 9,925, 25.000 Unterschied, sich zwischen dem Medaillenrang, drei, sag ich mal, Jana Patryshina, aber vor Jelena Mitrichenko schiebt. Das könnte am Ende Platz, na, ich sag mal, fünf werden. Momentan vierte. Die Spanierin. Auf sie achten hier besonders, weil sie ganz dicht hinter Christins Rucker liegt. Nur 25.000, also ihre Übung. Und die von Christine werden dann entscheiden, ob sich die Christine nach vorn kämpfen kann, ein wenig, oder ihren Platz behält, wir werden sehen. Die Spanierin. 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 Vielen Dank.